Heute spielen wir einen Obby, aber du kannst nicht springen! Aber irgendwas ist hier ganz faul und... Warte mal... Vitamine? Quack! Hey, was machst du denn hier? Was geht ab, Vitamine? Let's go! Heute spielen wir nämlich einen Obby, aber... Es gibt ein Problem, probier mal zu springen! Ja, mach ich! Wo ist meine Sprinktaste? Wir können in diesem Obby nicht springen, ob wir diese krasse Challenge zusammen als Team meistern werden und den ganzen Obby bis zum Schluss schaffen werden. Das werden wir uns alle raus. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren coole Videos verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und drehst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt mal gerne einen Daumen nach oben, sodass du mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen in Obby, but you can't jump! Und in diesem Obby-Spiel können wir einfach nicht springen, egal wie sehr... Wie ich es versuche, ich kann nicht springen! Ey, du musst einfach sagen, Hokuspokus-Vidibus! Okay, okay, Hokuspokus-Vidibus! Oder es funktioniert nicht, Vitamine. Okay, so sehr ich es auch will, es klappt nicht. Nein, aber es geht wirklich nicht! Und so müssen wir jetzt den ganzen Obby bis zum... Warte mal, was? Junge, ich werde dich mal... Oh, hä? Ja, ich glaube, zurückgehen kannst du, aber nicht vorwärts. Ja, okay, das war natürlich gar kein Sinn. Aber ich würde sagen, Freunde, wir werden uns jetzt dieser Challenge jetzt hier stellen und wir dürfen den ganzen Obby nicht einmal springen. Also, was heißt, wir dürfen nicht springen, denn könnt ihr nicht springen! Ja, es wäre nämlich zu schön, wenn wir springen würden und ich glaube, jetzt am Anfang ist es vielleicht noch lustig und einfach, aber später wird es total schwer. Jo, ja, also ich finde es super lustig. Was machst du eigentlich hier, Junge? Ja, moin, ich dachte mir, es ist cool, dann nicht springen zu können. Ja, natürlich, unsere Beine sind wie Angebot. Okay, was können wir uns hier kaufen? Wir können uns hier so Grappling-Hooks kaufen. Okay, was ist das hier? Gut, guck mal, man kann sich einfach hier springen kaufen. Was? Wer macht das denn? Oh, ey, au, ey, au, ey, au, ey, au, ey, au. Oh, warte mal, oh, ey, ey, au, ey, au, ey, au, ey, au. Let's go, ab geht es. Junge, okay, hier war springen echt schlecht gewesen, muss ich sagen, ne? Ja, aber ich finde es noch nicht. Warte, 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 warte. Oh, jo, hä? Ah, tschüss hier. Wow. Ja, was tschüss, ihr Loser. Hä, ich konnte sich einfach durchrennen. Guck mal, durch die erste Zeit kann ich durchrennen. Aber auch über die Laser. Können wir nicht springen, ne? Ja, aber irgendwie sieht es so... Okay, ich nehme den linken Weg. Nein! Pass! Wir beide gefällt als ob, ey. Okay, der rechte und dann ist es nochmal der rechte. Nein, 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 nein. Es ist der Gold. Es ist rot. Es ist rot, Vitamine. Es ist rot. Also, wir beide mal falsch liegen, ey. Oh, Mann, ey. Wir haben echt... Es ist irgendwie Pech. Ich sage jetzt, was ist jetzt sein? Rot, 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 rot. Ja, let's go. Oh mein Gott, nice. Der Profi. High five, Kollege. Bedankt nochmal bei mir. Ja, dankeschön, Sinti. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und cool. Ja, okay, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Okay, let's go. Wir machen weiter mit dem Ombi, aber wir können immer... Warte mal, probieren wir jetzt zu springen? Nee, ich glaube... Probier mal, probier mal. Denk wirklich dran. Denk alle Kraft, die du hast zu sammeln. Und... Spring, 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 spring. Ja, okay. Warte mal, warte mal. Bitte, bitte, bleib stehen. Bleib stehen. Nein, die Treppe löst sich auf. Die Treppe löst sich... Wow. Ich konnte nicht springen. Die Treppe hat sich hinter mir aufgelöst. Oh. Ja. Das spricht mir leid. Dankeschön. Das ist der Dank, also, dass ich dir geholfen habe. Aber, Freunde... Nein, 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 nein. Wir können nicht springen. Was machst du? Ey, das ist ja voll unfair. Ich kann auch nichts tun. Ich kann auch nicht springen oder sowas. Warte mal. Oh, wie... Oh, warte mal, warte. Oh, wir haben Speed. Ah, mit dem Speed-Coin. Bada-ba-ba-ba. Das darf ich sein. Du bist so ein Schubler. Okay, wir warten, bis die Treppe wiederkommt. Oh, da ist sie. Die ultimative Re... Nein, 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 nein. Spring. Nein, oh mein Gott. Hä, wieso, mich das schafft, ohne zu springen? Einfach so zu gehen? Das sind einfach nur Bälle hier. Ja, okay, okay. Es geht. Es geht fit. Aua, Junge, denn beide sind in meinem Gesicht drinnen. Pass mal auf da oben. Meine Augen sind auch bei mir in meinen Augen drin. Ja, ja, okay, okay, okay. Okay, dann würde ich sagen... Oh, oh. Hä? Hä? Das war ein Troll. Wir mussten gar nicht da geradeaus. Juuu, als ob. Und so, wenn wir den nächsten Checkpoint bekommen. Oh. Okay, was ist das eigentlich jetzt hier? Ich fahre mal zum Flughafen. Okay, wieder wenig. Ich glaube, ich werde was kaufen. Es tut mir leid. Es tut mir leid für das, was ich tun werde. Ich habe einfach alle erledigt, alter Schwede. Was geht das? Ey, was soll das? Ich darf nicht, ich darf nicht, ich bin über ein Tee. Tja, so geht das nicht. Ähm, rechts. Oh mein Gott, rechts. Nein, nein. Hör, bei mir hat es einfach geklappt. Hä? Junge, ich bin doch auch durch rechts gegangen. Äh, wow. War es jetzt grün oder? Was? Hä? Was ist das jetzt? Es ist nur pink die ganze Zeit damals. Ja. Außer das letzte. Es war gefühlt nur pink. Wow, 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 wow. Muss ich dazu nur? Okay, wir dürfen immer noch nicht springen. Wir müssen jetzt hier gelaufen. Ich komm. Wie kostet eigentlich so ein Teppich? Aber das wäre entschieden, oder? Alter, ich wollte gerade sagen, da kann man doch rüber fliegen, oder? Ja, das machen wir nicht. Wir stellen uns der Challenge. Guck mal da drüben an, in der Bounce jemand. Oh, jetzt sieht man es nicht mehr. Warte. Ja, ja, ich warte, ich warte. Okay, ich warte. Okay, ab geht es. Oh, ist das Kirsche? Ist das Kirschkuchen? Nee, eine Kirsche ist es nicht. Eine Kirsche. Eine Kirsche, oder was? Eine Kirsche, eine Kirsche in der Kirsche. Okay, let's go. Ab geht es. Und... Okay, okay, wir müssen weiter nach oben klettern. Aber noch geht es, finde ich. Das ist noch relativ einfach. Ja, aber ich muss sagen, würdest du nicht gerne schon manchmal so springen? Das ist auch voll komisch, oder nicht? Ja, natürlich würde ich gerne springen, aber es geht halt nicht. Ja, wir können einfach nicht springen, muss ich sagen. Aber, okay, der Obie muss ja auch irgendwie möglich sein, ohne zu springen, ne? Oh, oh, die Blöcke gehen weg. Nein, nein, nein. Easy peasy. Oh mein Gott, man kann nicht einfach cheaten. Ja, man kann so nach oben gucken, ne? Ja, aber das sollte man eigentlich nicht machen. Ey, was sollst du nicht machen? Was, was, was? Ich mache gar nichts. Ich finde nur durch den Zufall den richtigen Weg. Let's go. So ein Cheater. Ich will auch ans Ende kommen. Siehst du eigentlich das Ende irgendwo? Nein. Hm, okay, okay, dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Da haben wir den richtigen Weg gefunden. Und ich muss sagen, es ist ein Obie ohne zu springen. Also, es ist nicht so schwierig, aber ich würde trotzdem gerne springen können, weil das gehört doch zum Obie dazu, oder nicht? Ich glaube, hier bouncen wir. Ja, ich habe recht gehabt. Bounce, 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 bounce. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kann ich nicht einfach einen skippen? Ja, ich habe einen skippt. Ja, ich habe auch einen skippt. Easy. Nein, nein. Ich habe doppelt geskippt. Ich habe, jo, ich habe gefällt. Ich habe gefällt. Ich habe gefällt, wie der Bede. Hey, warte mal, wir springen doch jetzt hier, ne? Ja, aber Jumphead. Ja, okay, aber so ein bisschen Cheaten, oder? Ich dachte, das werden die Olli ohne zu springen. Aber wir sind gesprungen und ich muss sagen, es hat so gut getan zu springen. Was geht ab? Ja, moin. Moin, ich fühle mich wie eine langsame Omi hier. Ja, weil wir gegeneinander laufen müssen. Oh Mann, jetzt würde ich aber gerne springen können, weil dann werden wir so schneller, weißt du. Ja, dann könnten wir das so ein bisschen austricksen. Äh, wer ist das? Wieso ist deine Mama da, Vitamine? Das ist Joey, die Wand. Joey? Es ist mich in Ruhe. Joey, die Wand. Oh mein Gott, guck mal, ich skippe einfach. Ja, du skippst überhaupt nicht. Wow. Ja, hast du gesehen, hast du gesehen? Also, ob ihr dir einfach kein Damage macht. Der ist verpackt. Oh nein, nein, nein. Ich greif durch. Joey. Easy. Okay, wo ist Vitamine? Renn. Renn in meine Arme. Renn in meine Arme. Jo, let's go. Ey, Oreos. Oreos? Oreo. Ja, ist nie. Oreos, ja. Oh, Oreo Kekse. Lecker. It's me, Oreo. It's me, Luigi. Mamma mia, Mario. Warte, es ist auf dem Skateplatz hier. Ja, echt? Ja? So eine Rampen, aber ein Skatepark mit Lasern ist, glaube ich, nicht so cool, oder? Ah, hä? Da war eine Lücke? Ja, machst du mal vielleicht die Augen auf? Junge, ich werde, ich glaube, das ist einfach so random eine Lücke da einfach am Ende ist. Also, könnte ich springen, dann wäre ich drüber gesprungen. Junge, man sieht es auch gar nicht. Guck mal, der Himmel ist doch genauso gleiche Farbe. Aber, naja, ich würde sagen, oh mein Gott, ist das das Ende? War ein Noob? Nee, ne? Nein, danach geht es doch weiter. Wir werden, glaube ich, vom Noob gefressen und dann... Nee, ich möchte aber, ich möchte nicht gefressen werden. Ich sage, nö, Noob, du darfst dich heute nicht fressen, dann hat er keine Chance, oder? Hoffentlich? Au, 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 au. Ich glaube, wir werden danach ausgesucht. Yeah, juhu. Sarah freut mich schon. Alter, werden wir jetzt nicht vom Noob aufgefressen, oder wie? Das ist die Frage, aber lieber lasse ich mich vor meinem Noob auffressen, anstatt von einem Valros. Naja, okay, okay. Wie auch immer nur Valros. Aber ich würde sagen, wie man sieht sich im nächsten Leben. Tschüss. Okay, ich würde sagen, wir akquirieren jetzt hier diesen Speedcoin. Da wird das Ganze auf jeden Fall ein bisschen schneller hier geht. Das kann nicht sein. Was machst du? Ba, ba, ba. Nee, ne? Was? Nee, ne? Hast du mich erledigt? Nein. Junge, ich wurde erledigt. Echt? Ja, ja, ja. Vitamine. Was passiert, wenn man nicht laufen kann? Ja, denkst du, ich bin gestolpert. Schürzenkel zu machen. Warte mal, deine Nase wird doch schon länger. Du lügst doch. Das sehe ich doch bis hier, ey. Alle töten. Ja. Ja, 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 ja. Das hast du dir gekauft. Ey, boi, was geht ab, du? Labe-Schnecke. Was geht, du Labe-Schnecke? Ey, Junge. Hast du jetzt ein Wormox-Ausgeben nur dafür? Für den Witz, oder wie? Ja, klar. Ja, klopft dir auf die Schulter. Klopft dir auf die Schulter. War der Witz nicht lustig? Ja, ja, deine Mama und dein Papa sind ganz stolz auf dich, Vitamine. Ja, und ich mach's jetzt auch nochmal. Nee, ne? Hör auf. Alles töten. Nein, 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 nein. Nein, Junge, ich bin einfach runtergefahren. Ja, okay, du machst das. Ich bin einfach runtergefahren. Oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ich komme schon. Ich komme schon mit dem Speedcoin. Ja, nö, 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 lass mich bitte an den Checkpoint. Lass mich bitte einfach an den Checkpoint. Junge, wie sagt dir das Ganze hier? Hallo? Ich bin hier schon fünf um die Welt gelaufen. Und, okay, wir haben es geschafft. Let's go, bitte, wieder, wieder. Nein, 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 ja. Oh nein, es ist wieder den richtigen Weg. Ja, es ist links, es ist links. Vertrauen wir einmal. Let's go. Jetzt ist es wieder. Aber eigentlich kann man es finden, wenn man ganz langsam draufläuft, oder? Ich weiß nicht. Ist es rot? Äh, ja. Ja, okay, es ist rot und jetzt ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Grün. Oh. Und. Nein. Es ist auf jeden Fall nicht grün. Okay, warte mal. Was war es? Blau? Rot? Was? Nochmal rot? Nein. Nein. Ich habe gesagt, es ist auf jeden Fall nicht grün. Ja, chill mal. Warte mal, was kommt jetzt hier? So, grün. Ja, ja. Und das letzte? Aber hier weiß ich nicht. Blau. Let's go. Up geht es. An dem Pup vorbei und, ah. Wurde ich aufmachen. Hier kommt das Flugzeug. Hey, der hat gelbe Zähne. Mmh. Und da wurden wir aufgefressen. Ab geht es. Über die Money, Money, Money. Über die Donner Scheine. Ich sag doch, wir wurden echt ausgepupst, ne? Ja, ich wollte es eigentlich nicht ansprechen. Aber jetzt. Oh. Oh nein, wo du es sagst. Ich bin runtergefallen. Hey. Ab geht es jetzt hier. Bam, bam, badadam, bam. Wie ein Pivot. Oh Gott. Ich bin zweit. Junge, ich spiele hier durch wie Captain Jack Sparrow. Zack. Bam, badadam, 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 badadam. Ab geht es. Über alle Weltmeere bin ich schon weg. Tschüss, Pilarmine. Ja, ich bin noch tatsächlich eine Pirat. Alter. Ah, jetzt muss man hier die Leiter hochklettern. Ey, das ist wohl das eine Spiel, was wir gespielt haben. Äh, okay. Mit der Leiter, wo man diesen Berg besteigen muss. Mit so einer Leiter. Ah, okay. Warte mal. Ich bin jetzt hier in dem Heil. Oh, wie cool. So, plopp, 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 plopp. Die Bälle auf, plopp. Das macht richtig viel Spaß. Wie weit bist du? Hey, benutzt du das Speed Coil? Nein, ich hab keins. Hä? Wie soll ich das Speed Coil? Run, girl. Ab geht es, Fröini. Was hast du dir hundertprozentig gekauft? Nein, ich hab das seit Anfang vom Spiel. Guck mein Video. Ja. Und like mein Video. Let's go, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir sind am Ende angekommen. Und haben den ganzen Obby erfolgreich abgeschlossen. Oh, der Einzige Sache. Nicht mal einmal sind wir gesprungen, Freunde. Ja, ja, ja. Und, wo ist Vitamine? Wir warten auf dich. Alle. Eine Spirale. Okay, wir warten auf dich. Vitamine. Wir feuern dich an. Ich glaube an dich. Du bist ganz toll. Du bist was ganz Besonderes. Dankeschön. Okay. Welche Spirale bist du denn? Äh. Glaub, ach, da, da, ich seh dich. Ich seh dich. Vitamine, da rennt der. Oh, oh, Vitamine. Ja. Ist egal. Ich hab einen Trick. Tschau. Neue Runde. Wenn, dann trägst du einfach, dass du selber failst. Naja, was heißt failst? Ich fahr ja nicht komplett runter, weißt du. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Du hast es geschafft. Ja, das fehlt, Gott. Let's go, Freunde. Wir haben es geschafft. Okay, Block aktiviert. Du hast... Oh, ich hab ein Herz. Vitamine, das ist für dich. Bitteschön. Ich bin zwar oft gemeint zu dir. Das ist für dich. Nein. Junge. Ich, ich, ich wollte einmal... Okay, Vitamine. Ich wollte einmal lieb zu dir sein. Da fliege ich mit einem gebrochenen Herz. Na ganz unten. Komm her, du Idiot. Ich mach dich fertig. Ich mach dich... Ey. Ich hab gar nichts. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, äh, kostenlose Kleidung. Äh, oh, was geht ab? Nein, ich war runter. Oh, äh, also irgendwie, ich glaub, ich hab das falsche Outfit. Äh, wo, wo, wo bist du? Spider-Man. Tja, okay, wir ziehen uns... Oh, das, das sieht doch gut aus hier. Let's go. Wir können uns hier sogar nur noch lila anmalen. Wir können uns hier... Oh. Miau. Jetzt so eine Katze verwandeln. Was? Hast du gerade miau gesagt? Ja, ich bin ein Katze hier in mir. Was geht ab? Du bist so eine Katze. Okay, ich weiß auch nicht. Du bist richtig viele komische Morphs, die wir uns verwandeln können hier. Let's go. Aber ich denke mal, Freunde, das soll's gewesen sein. Das war jetzt hier... Boah, du bist ja wirklich eine Katze. Streichel mich. Gib mir Essen. Ja, okay, warte. Gib mir Futter oder ich werd dich kratzen mit meinen Krallen. Oh. Bestell, ich hab ne, Minute. Fehlt dir ein Bein? Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, ich hab mir noch nicht geh ins Kragen raus. Aber ich denke mal, das soll's gewesen sein. Wir haben's jetzt wirklich geschafft. Wir haben den kompletten Objekt nur ein einziges Mal. Ich bin weg. Okay, wir haben geschafft. Let's go. Und dann würde ich wieder sagen, Freunde, das ist ein neuer Team-Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ey, wenn ihr an liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch reinzahlt. Der Sandex-Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.